Hallo und herzlich willkommen zu diesem exklusiven Marktupdate. Hier ist der Frank Schuh von Elliot Waver live. In den letzten Wochen, liebe Freunde, haben wir die Entwicklung des Goldpreises genauestens verfolgt und wie erwartet hat sich unsere Analyse erneut als äußerst präzise erwiesen. Heute werfen wir einen genauen Blick auf die aktuellen Bewegungen im Goldmarkt, analysieren die Risiken und geben einen Ausblick auf mögliche Szenarien. Falls du neu hier bist, abonniere den Kanal, gib diesem Video einen Daumen nach oben und lass uns in den Kommentaren wissen, welcher Markt als nächstes analysiert werden soll. Ich gehe gleich später im Video noch darauf ein. Wenn wir 100 Likes und 50 Kommentare erreichen, kommt sofort das nächste Video. Und zwar nicht nur ein Video, sondern ganz konkrete Handlungsempfehlungen, wobei das hier ist niemals eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten. Los geht es, liebe Freunde. Unsere Analyse hat die jüngsten Bewegungen im Goldmarkt nahezu perfekt vorhergesagt. Vom Tief der Welle 2 bis hin zur aktuellen Position hier in der Welle 5, in der wir gerade sind, haben wir alle Wendepunkte, jede Welle, die 1, die 2, die 3, die 4, die 3 hier, diese 4 hier. Wir haben alle Bewegungen eigentlich punktgenau getroffen. Und die Zuverlässigkeit dieser Analyse ist beeindruckend und unsere Abonnenten auf Elliot Weber Live konnten von diesen Vorhersagen erheblich profitieren. Wenn du bisher noch nicht von unseren detaillierten Analysen überzeugt bist, dann wird dich dieser Rückblick sicher beeindrucken. Aktuell befindet sich der Goldpreis in der finalen Phase von Welle 5, der Welle 5, der Welle 3 im Kreis. Und der Kurs steht bei etwa 2.512, das ist der Kurs von Freitagabend. Und das Ziel für Welle 5 liegt bei 2.563 Punkten. Eine weitere Aufwärtsbewegung von etwa 51 Punkten ist also noch zu erwarten. Und wir sehen hier eine klare bullische Marktstruktur, solange das Tief dieser Welle 4 hier unten bei 2.470 hält. Denn wir haben noch nicht das Hoch der 3 wieder aus dem Spiel genommen, was grundsätzlich immer erstmal ein Pullback noch möglich erscheinen lässt. Wir werden also schon am Montag wahrscheinlich wissen, wie es hier weitergeht. Und meine Abonnenten wissen es natürlich dann schon als Erste und vorher. Vorsicht, wir befinden uns hier in der Nähe einer wichtigen Widerstandszone. Das ist nämlich genau die hier nämlich. Zwischen 2.530 und 2.533, die gebe ich immer in meinen Analysen mit an, damit ihr seht, wo die wichtigen Zonen sich befinden. Hier besteht also doch das Risiko, was ich eben erwähnt habe. Das größte Risiko in diesem Szenario ist also wie gesagt der Rückfall unter der Welle 4 bei 2.470. Wenn das passiert, wäre die aktuelle Aufwärtsbewegung gefährdet und eine tiefere Korrektur könnte einsetzen. Unsere Abonnenten auf Elder to Ever Live haben ja bereits in den letzten Updates regelmäßig auf dieses Risiko hingewiesen. Und an dieser Stelle wird es spannend, ob der Markt weiterhin die bullische Struktur beibehält oder wir einen Test dieses Tiefs sehen werden. Die Make-or-Break-Linie hier unten bei 2.352 Punkten ist noch wichtig. Ein Unterschreiten dieses Niveaus, das aber derzeit sehr weit weg ist, aber die würde das gesamte bullische Szenario infrage stellen und damit würde es eine neue Zählweise geben. Meine Empfehlung lautet aktuell, auf einen Long-Trade zu setzen. Wir sind jetzt aber schon wieder ein bisschen fortgeschritten. Als Abonnent weiß man das schon früher. Das heißt, wenn man jetzt einsteigt, ich gebe euch auch gerne die Zahlen an die Hand, dann macht das noch Sinn. Aber das Chancen-Risiko-Verhältnis ist schon jetzt nicht mehr so brillant, wie es noch gewesen ist vorher. Das müssen wir also berücksichtigen. Also, Long-Trade bedeutet, Einstieg sollte möglichst nah am aktuellen Marktpreis sein. Aktuell war der bei 2.512. Wir müssen natürlich sehen, wo macht der Markt am Sonntagnacht, Montagnacht auf oder am Montag während der Handelsstunden. Möglichst nah an diesem Marktpreis sollte es sein, wenn der Markt uns abhaut nach oben, würde ich auf diesen Trade verzichten. Der Stop-Loss, der kann an der Welle 4 gesetzt werden hier unten. Das Kursziel bei 2.563. Andere Ausdehnungen sind möglich. Ich würde das mal als konservatives Ziel betrachten hier. So, und der potenzielle Gewinn sind dann 2,03 Prozent. Und das Chancen-Risiko liegt aber jetzt nur bei 1,24 zu 1. Also ein durchschnittliches Verhältnis. Das ist das, was ich eben meinte, dass das jetzt schon noch möglich ist, aber nicht mehr so richtig, richtig gut ist. Also wichtig, für alle, die an soliden und fundierten Analysen interessiert sind, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, ein Schnupper-Abo auf eldertwaver.live abzuschließen. Für nur 29 Euro pro Monat und pro Markt erhältst du detaillierte Analysen jeden Abend für den nächsten Tag. Und die helfen dir ganz konkret, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Unsere Abonnenten haben bereits von unserer präzisen Vorhersage profitiert. Und du kannst das eben auch. Der Goldmarkt zeigt sich also derzeit spannend, wie selten zuvor. Der macht also hier auch immer wieder gerne Allzeithochs. Wir stehen kurz vor einer entscheidenden Bewegung. Und wenn ihr noch den Wochenschalt sehen würdet, dann würdet ihr wissen, was uns da oben, wenn wir da oben rausgelaufen sind, was uns da blühen wird. Das ist unglaublich. Wie auch immer, meine Analysen, die geben dir das nötige Wissen, um davon zu profitieren. Wenn du also die nächste Marktbewegung nicht verpassen willst, dann jetzt den Kanal abonnieren, drück auf den Like-Button und schreib in die Kommentare. Ich meine das nämlich ernst. Wenn wir 100 Likes haben und 50 Kommentare, dann mache ich sofort das nächste Video. Und zwar nicht irgendein Video, sondern ich biete insgesamt ja neun Märkte im Abo-Format an, die man buchen kann, um täglich schriftlich eine Lösung zu erhalten. Und ich mache immer ganz konkret ein Video über einen dieser neun Märkte. Vor zwei Tagen war noch der DAX-Index dran. Den haben wir jetzt erledigt. Jetzt habe ich den Goldmarkt gemacht. Das heißt, jetzt bleibt noch, und da könnt ihr wählen jetzt, Nasdaq, S&P, Dow Jones. Es bleibt der Euro-US-Dollar. Es bleibt das NetGas. Es bleibt das WTI. Und es bleibt noch das Silber. Das heißt, es stehen wieder sieben Märkte zur Verfügung, unter denen ihr frei wählen könnt. Nasdaq, S&P, Dow Jones, Euro, NetGas, WTI und Silber. Und wenn ihr das in die Kommentare reinschreibt, dann werde ich das auswerten. Und dann kommt sofort, wenn das Ziel mit 100 Likes und 50 Kommentaren erreicht worden ist, das nächste Video mit ganz konkreten Handelsempfehlungen, so wie jetzt auch hier gerade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleib dran, nutze die Chancen und profitiere von diesen Analysen. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniere den Kanal, um keine Updates zu verpassen. Und ansonsten wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Der Frank Schuh von LJ12er Live.